Kennt ihr diese Filme, in denen sich die Menschen bei der Arbeit verlieben? Diese langsame Art von Romantik, ein heimliches Lächeln über dem Computer, ein Gespräch am Wasserspender, ein erster Kuss am Arbeitsabend. So haben Willi und ich uns verliebt. Auf der Weihnachtsfeier haben wir es allen verkündet und seitdem nennt man uns bei der Arbeit das süßeste Paar. Es war fast zu schön, um wahr zu sein. Eines Tages begann ich mich krank zu fühlen und dann ging alles bergab. Ich fühlte mich den ganzen Tag über müde, obwohl meine Arbeit mir ziemlich leicht fiel. Ich versuchte Sport zu treiben, aber es wurde nur noch schlimmer, denn dann hatte ich zusätzlich noch Muskel- und Gelenkschmerzen. Ich gab das Training ganz auf, aber die ständige Müdigkeit beeinträchtigte mein Leben sehr. Gleichzeitig hatte ich Kopfschmerzen, Halsschmerzen, manchmal Fieber und nächtliche Schweißausbrüche. Eines Tages waren wir in einer Besprechung bei der Arbeit und ich musste aufstehen, um einen Vortrag zu halten. Plötzlich wurde ich ohnmächtig und schlug mit dem Kopf auf den Tisch, als ich zu Boden fiel. Die Leute fingen an zu flüstern, dass ich schwanger sei, aber ich wusste, dass ich es nicht war. Und dann wurde es einfach immer schlimmer und schlimmer. Nachdem ich eine Woche lang im Bett gelegen und mich selbst bemitleidet hatte, konnte ich es nicht mehr ertragen. Ich hatte wahnsinnig hohes Fieber und jeder Knochen in meinem Körper schmerzte. Willy versuchte weiter, sich um mich zu kümmern, aber ich hatte solche Angst, dass er sich anstecken würde. Wir hatten unseren ersten Streit darüber. Er sagte mir, ich sei dickköpfig und müsse zu einem Arzt gehen. Im Krankenhaus unterzog ich mich einer Reihe von Tests und Untersuchungen, einschließlich mehrerer Schwangerschaftstests und einer Blutuntersuchung. Aber es wurde keine Diagnose gestellt. Ich hatte solche Angst, dass ich Krebs oder Meningitis oder so etwas haben könnte. Also ließ ich sie alle Tests machen, die sie wollten, um herauszufinden, was mit meinem Körper nicht in Ordnung war. Mein Arzt sagte mir, er würde meine Ergebnisse so bald wie möglich erhalten und sagte, ich solle mir nicht so viele Sorgen machen und in der Zwischenzeit nach Hause gehen und mich ausruhen. Willy brachte mich nach Hause und sagte, er würde bei mir bleiben und dafür sorgen, dass sich mein Fieber nicht verschlimmert. Am nächsten Morgen fühlte ich mich schon etwas besser, nur so lange, bis mein Telefon zu klingeln begann. Es war der Arzt. Als er meinen Namen sagte, wusste ich sofort, dass es schlechte Nachrichten waren. Und dann sagte er es mir und in diesem Moment schwöre ich, dass meine ganze Welt um mich herum zusammenbrach. Sie sind positiv auf HIV getestet worden, was bedeutet... Aber ich hörte nicht mehr, was er sonst noch sagte, weil ich unter Tränen auf dem Boden zusammengebrochen war. Wie konnte das passieren? Als nächstes saß Willy neben mir und fragte, was los sei. Ich konnte es ihm kaum sagen, so sehr weinte ich. Ich erzählte ihm, was der Arzt gesagt hatte. Er wurde blass und begann zu zittern. Plötzlich stieß ich ihn weg und fragte, ob er mich angesteckt hätte. Und dann weinte er und sagte, er wisse es nicht. Die nächsten zwölf Stunden vergingen langsam und Willy beeilte sich ebenfalls einen Test zu machen, um zu sehen, ob er positiv war oder nicht. Diese zwölf Stunden gehörten zu den schlimmsten meines Lebens. Ich war HIV-positiv und ich habe vielleicht gerade die Liebe meines Lebens verloren. Später an diesem Tag rief er mich an. Ich zitterte so sehr, als ich ans Handy ging. Sein Test war negativ zurückgekommen, was nur eins bedeuten konnte. Mein Ex hatte mich angesteckt. Ich war am Boden zerstört. Ich hatte keinen Kontakt mehr zu ihm, der er mich betrogen hatte und ich wollte ihn nicht anrufen. Willy tat es für mich und beschimpfte ihn furchtbar. Ich konnte es nicht ertragen, Willy anzusehen. Ich fühlte mich so ekelhaft, als ob ich giftig wäre. Ich sagte ihm, er solle mich verlassen. Er müsse nicht bei jemandem wie mir bleiben, der krank sei. Aber das brachte ihn nur dazu, mich noch enger an sich zu drücken. Eines Nachts zertrug ich es nicht mehr. Er streichelte mein Haar und sagte mir, dass alles gut werden würde. Als ich mich plötzlich zu ihm umdrehte und sagte, es wird nicht wieder gut werden. Ich habe HIV. Bleib weg von mir, bevor du es auch bekommst. Danach ging er. Ich sah ihn weinen, als er aus der Tür ging. Ich dachte, ich würde ihn nie wiedersehen und das brachte mich um. Aber am nächsten Tag klopfte es an meiner Tür und er war wieder da. Er stand schluchzend da und sagte, es sei ihm egal, dass ich krank sei. Dass er mich mehr als alles andere liebte und dass wir das gemeinsam durchstehen würden. Irgendwann begannen die Leute natürliches herauszufinden. Unsere Freunde fragten mich immer wieder nach meiner Krankheit und ehrlich gesagt bin ich nicht die Art von Mensch, die andere belügen kann. Also erzählte ich ihnen alles. Einige unserer Freunde waren sehr hilfsbereit. Vor allem unsere Freunde von der Arbeit. Aber die Reaktion unserer Familie war nicht das, was wir erwartet hatten. Meine Eltern taten so, als würde ich bald sterben und wollten nicht von meiner Seite weichen. Und dann beschlossen wir, es Willis Eltern zu sagen. Wir wählten ein Wochenende und luden sie zum Abendessen ein. Nachdem wir das Essen beendet hatten, wollten wir einen Film schauen. Wir fühlten uns alle entspannt, also beschloss ich, diesen Moment zu nutzen, um ihnen zu sagen, was mit mir los war. Aber kurz bevor ich konnte, ging Willis Mutter auf die Toilette. Und als sie zurückkam, sah sie aus, als würde sie gleich vor Wut platzen. Du hast HIV? Schrie sie. Dann griff sie nach ihrer Tasche und sagte Willi, er solle ihr folgen, sonst würde sie nie wieder mit ihm sprechen. Ich schätze, sie fand meine Medizin im Badezimmer. Ich brach in Tränen aus. Ich war mir sicher, dass er ihr folgen würde. Aber er knallte seiner Mutter die Tür vor der Nase zu, als sie ging, und kam zu mir und umarmte mich. Dann sagte er mir, dass er mich heiraten wolle und dass alles andere unwichtig sei. Vor allem nicht, was seine Familie und Freunde über das Ganze denken würden. Jetzt sind wir glücklich verheiratet. Und obwohl das Leben manchmal wegen meiner Gesundheit ein Kampf ist, war ich ehrlich gesagt noch nie glücklicher. Willi und ich hatten eine kleine intime Hochzeit. Und obwohl seine Familie nicht gekommen ist, hatten wir einen wunderbaren Tag. Ihr Problem? Ich habe begonnen, mich freiwillig zu engagieren, um Menschen mit HIV zu helfen. Ich spreche auf vielen Veranstaltungen, um die Menschen wissen zu lassen, dass HIV nicht bedeutet, dass ihr Leben vorbei ist. Sie können trotzdem ein aktives, gesundes Leben und sogar eine glückliche Ehe führen. Sie müssen nur all die unhöflichen Kommentare ignorieren, die sie bekommen könnten. So viele Menschen waren schockiert, dass ich Sex vor der Ehe hatte und sagten, deshalb habe ich es bekommen. Aber das ist doch lächerlich. Ich entscheide mich jetzt für eine positive Einstellung und tue das Beste, was ich kann, um anderen Menschen zu helfen, die im selben Boot wie ich sitzen. Ich entscheide mich jetzt für eine gute Einstellung.